Hallöchen Puppüchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mecco und wir spielen heute wieder Baldus Gate 3. Schön, dass ihr dabei seid. Das sehen wir selber. Okay, jetzt kann man das auch nicht mehr machen. Letzte Folge sind wir schon über oder auf die Brücke. Da vorne ist Baldus Gate, Baldus Tor. Wir sind noch auf dem Weg dahin und finden noch mehr neue Sachen. Heraus, Entschuldigung. Wir wollen hier mit den Leuten reden. Hey, ich suche einen Mörder, einen Zwerg, rot gekleidet. Genau wie ihr. Ich bin ganz gewiss, ich habe jemand anderes erwartet. Pass mal auf, mein Freund. Dein Geheimnis finde ich raus. Ich habe tatsächlich ein wenig Hunger. Was habt ihr? Ja, man kann nie genug Lagervorräte haben, hm? Dem traue ich nicht, diesem kleinen Gartenzwerg. Oh, Halbling Arsch. Gehen wir hoch. Ich finde alles raus. Hoffe ich. Was ist hier los? Siri! Zuhören. Schurkenheimlichkeit. Dein Geheimnis. Schuss. Der Master sagte, wir haben genug. Der Black Mass ist bereit, um zu beginnen. Es ist nicht für den Master. Es ist für mich. Ich möchte ein beating heart da. Bereit für mich, als der Mass ist complete. Und wir haben endlich gebeten, unsere Freiheit. Nach 200 Jahren Rats. Ich denke, wir verdienen eine reale Minge. Ihr kennt Astarion? Irgendwo, wo ihr und euer Meister ihn niemals finden werdet. Nix, ihr bleibt schon hier. Angreifen, Angriff! Was machst du hier oben, du Pissnelke? Nein, denen traue ich nur so weit, wie ich werfen kann. Hm. Schwamm, Seife. Hier geht's noch raus. Okay. Hier können wir auch so hingehen. Alles easy. Ist jetzt keine Kunst. Warum kannst du das nicht erreichen? Geh jetzt hin, du blöd Mann. Oh, Alter. Geh jetzt raus. Okay, wir haben die ersten Vampire gefunden. Schars. Likoso. Leila? Ich hab nen Puff. Was? Warum sind einige Leute so strange über Cheresses Caress? Es ist nur Sex. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Es ist nur Sex. Wenn. Ich könnte ja mal in den Kommentaren schreiben. Ist Sex für euch noch irgendwie was besonderes oder so? Also. Wissen Sie, wie ich mein? Genau. Wissen Sie, Hoots. Das neue Batch ist stärker als ein Pitfiend. Ich nehme das als ein Kompliment. Ich nehme das, wie du willst. Aber ich werde mit meiner usualen von jetzt. Es ist etwas anders. Auf Ihren Garten. Oh. Es ist Raphael's Lieblatt Lieblatt. Schön, dass Sie wiedersehen. Wer seid ihr genau? Wer seid ihr genau? Ich vergesse. Wir haben nie getroffen. Ich hatte meine Augen und Augen auf dich so lange, wir fühlen wie alte Freunde. Carilla ist mein Name. Ich bin Raphael's ... Sieg nachzuholen ... Ich mache deine Zeit. Ich nehme dir einen Getrschung. Es und schaffst du die物e. Ich gehe ihn' raffrechen. Ich gehe ihn' raffrechen. Ich gehe ihn' raffrechen. Dann werde ich mir einen Heim. Aber nur die Dinge. Ich danke dir. Aber nicht zu Gedanken. den nagel auf den kopf getroffen das klingt 32 wird eure strenge bibliothekarin morgen wieder ihr braucht hilfe lasst mich helfen zu suchen jetzt zu anderen dingen habt ihr noch andere optionen für gesellschaft nisha our lovely nymph but she's engaged in the nymphs grotto on the top floor sweeten the clients a favorite of hers too i doubt you'll be able to tear her away but we are blessed to have a devil in residence at the moment a temporary guest but he asked that i send any potential clients his way everyone who's paid a visit looks quite changed by the experience hat der teufel seinen namen genannt okay ihr habt joe hostessen da ja das klingt allerdings verlockend okay wir gucken uns jetzt hier einmal ordentlich um okay hört mal wir wissen doch beide wie es läuft gerüchte aufträge egal ich will alles wissen ein neues körper klingt stark das probiere ich gerne mal hau rein jetzt ich versuche es mit eurem fuße ich würde gerne sehen was ihr noch habt ja damit ich habe das gefühl wir werden es brauchen ich habe das gefühl wir werden das brauchen ich weiß zwar noch nicht wofür ich habe weg nachs hand gefunden stimmt da war was worum geht es dir eigentlich ich habe es nicht ich habe es nicht schweigend zusehen die können gut quatschen um dich abzufüllen so viel steht schon mal fest aber wir trennen uns mal eben kurz ein bisschen neun finger da haben wir es doch die gespräch belauschen neun finger da klingt nach interessanten geschäften ich wäre gerne dabei glück gehabt dass man bei so schlechten würfeln noch gewinnt okay hier haben wir nur bürger was führt hier hin süß so sehr so sehr chorizo okay ich suche keine dienste danke habt ihr irgendwas zu essen übrig ich glaube das ist tatsächlich nicht so gewollt ne seht ihr das das ist Stell dich mal bitte hier hin. Und dann spielen wir mal das hier. Wer sieht mich denn hier noch? Das ist eine Ratte mit der wir reden könnten. Darum ist das Vieh mit dem wir reden sollen. Kannst du mir mal das mit Tieren sprechen in mein Inventar klatschen? Du hast doch bestimmt hier so eine Rolle. Oder? Nein? Ich sehe es wirklich nicht. Nichts mit Tieren sprechen. Tod und Tote. Echt nicht. Krass. Reden wir mit der Ratte. Wieso glaubst du irgendwas davon gehört euch? Ich will nicht, dass ihr und eure Familie verhungert. Nehmt mit, was ihr braucht. Das finde ich auch. Essen sollte geteilt und genossen werden. Nicht weggeschlossen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist für EATING, Freund? Ich werde mich noch mal in den Neuen. Ich werde mich noch mal in den Neuen. Soll ich mit dem Kessel, Mann. Was ist da drin? der verfolgte eier aber milch Freunde, habt ihr bitte wieder zu mir und du hast aufzuspielen Halt, ich wollte erst noch hier unten gucken Abendprogramm von Charas Lipkosan Also wenn ich jetzt den König in rohe, alter Schwede Sie sehen schon krass aus Arthur, mein Freund Vielleicht erzählst du mir, wie die Bomben in den Kinderstofftieren herkommen, hä? Ja Meinst du? Ich bin hier, um euch eurer gerechten Strafe zukommen zu lassen Ich will antworten Ja, okay Wer sind sie? Wer sind sie? Sagt mir, wer sie sind, sonst seid ihr tot, bevor sie euch überhaupt erreichen Sehr gut All right, all right Nächste Spur Philogia Ich weiß immer noch nicht, wer sie sind I don't know who's in charge But it starts at the fireworks shop That's where the packages come from Go there Tell them Uncle Philogia sent you And they'll show you the smoke powder Lots of it I told you what you wanted to know Now, will you let me go? His plea comes with an offering A pass granting you access to the lower city Danke, ich brauche auch euer gesamtes Gold Na komm, am Ende kann er nichts dafür Ihr geht höchstens ins Gefängnis Du wolltest Kinder töten, du Idiot In deinem Gefängnis gibt es zumindest Mauern, die jemand erstmal überwinden muss, um euch zu euch zu gelangen Hm? Kannst du dir das vorstellen? All right, all right, I'll go But if I'm found hanging in my cell Dann hast du's verdient, du Affe Kann mir nicht mal endlich jemand beibringen, wie man spielt Holter Schwede Ach, das sind die Zwillinge, ja Welche Dienste bietet ihr an? Ihr zwei seht euch unglaublich ähnlich Ihr schlaft doch nicht tatsächlich mit jemandem, oder? Ups Ich buche euch gewiss nicht beide gleichzeitig Besteht da nicht das Reliquio einer inzüchtigen Schwangerschaft? Since I came to the surface, I purchased an Enchantment to bless me with infertility If that soothes your mind Köstlich Ich möchte euch buchen, schöner Mann Ich möchte eure Dienste Also, Kalach ist jetzt sauer Aber, mal ganz ehrlich Wir sind in einer Fantasy-Welt Und man muss sich ja auch mal Spaß gönnen, ne? Herrlich Hallo? Ich will bezahlen Unverschämtheit Also, kann ich denn alleine? Also, ich versuche es jetzt nochmal Ich kann 30, wie ich bin Das hatten wir doch alle schon Ich möchte eure Dienste Ja, Geld hervorheben Vielleicht bringt mich das jetzt irgendwo rein Okay Wo wird das hin? Raus auf einen Mini-Balkon Entschuldigung, ich kann mal Schnee hinterher Bürger Bürger Bürger, Bürger Wir müssen hier hoch, du Idiot Oh Gott, wo geht's denn hier hin? Direkt nach oben, ganz nach oben Entschuldigung Aber, ach Wollt man meinen Kopf gekloppt Wo wollen wir denn hin? Machst mich wahnsinnig Was steht da? Teufelsloch Ich will nicht ins Teufelsloch Ne, da geht's auch nicht hin Die will noch woanders hin Was ist denn hier los, Alter? Hier geht's hin Das ist der Geheimraum Das ist der Geheimraum So Da ich nicht weiß, was jetzt passiert Speicher ich mal eben Und mach für euch einen Cut So Ist tatsächlich gar nichts passiert Gott sei Dank Ich spule mal eben zurück Also ist wirklich nichts passiert Ich habe mit echt Jetzt versautem Kram gerechnet Weil das Spiel ja teilweise Also es bietet ja auch Nacktheit Und sowas an Also hätte ich mir das gut vorstellen können Wenn das jetzt so Weiß ich nicht Wie früher bei GTA Oder so eine Scheiße abgeht Aber So Will ich nochmal eben gucken Hier ist jetzt auch nichts irgendwie Genau, okay Also man konnte gerade auch Nicht sehen Ich will jetzt nur nicht Ich wollte jetzt die andere Aktion anklicken Vielleicht passiert jetzt was So Ich habe es soeben gemacht Was habt ihr zu bieten? So Und ich habe gerade Hab gerade gesagt Hörst du zu quatschen jetzt Lass so einen schönen Augenblick zusammenleben Da hat sie geschnippt Und alles wurde dunkel Und dann wurde nur erzählt Dass sie gerade meinen Körper streichelt Unter die Rüstung geht So war es halt nichts besonderes Aber jetzt will ich wissen Meine Sinne liegen ganz in eurer Hand Dann Let's begin Ah, the same Okay In the darkness You feel something touch you I see fingers running down the nape of your neck You shudder As you feel hot breath on your cheek Just relax Give yourself over to the sensation Lie back And let it take you Her lips meet yours And you feel your body flush with heat Racing through your limbs And you feel your heart And you feel your heart Followed by the dancing tingle of her cold fingers And you feel your heart You're not sure how long your time together lasted But it was long enough By the end you felt like you were floating in the dark Utterly at peace Ja Also Wie ihr seht Alles cool Und Das war's hier auch schon Da ist wieder so ein Krötenkelsch Sie hatte am Bett und lässt mich im Dunkeln stehen Weißt du wie ich meine? Ach, so merkwürdig Also hier war jetzt auch nichts Ich habe alles vorhin Oder gerade schon untersucht Hier kommt man zu Raphael wahrscheinlich Weil hier ist ja der Teufel Das Teufelsloch Da wollen wir gar nicht gucken In Misters Bibliothek Da wollen wir gucken Wir wollen ja was rausfinden Oha Lese Saalregeln Wer bei der Selbstbefriedigung In der Bibliothek erwischt wird Wird an das Bücherregal Mit den gefesselten Büchern gebunden Alle Magier die erwischt werden Wie sie ohne ausdrückliche Genehmigung Die Spezialsammlung studieren Müssen sich vor der gesamten Bibliothek Den Auszug vorlesen An dem sie sich gerade erfreut haben Wer das Schweigegebot In der Bibliothek bricht Wird unverzüglich geknebelt Aha Der Tei bekam Operationsbesteck Alles so Schmuse-Romane Ja Yoshimo ist bereit Forward Chronische Flasche Okay Ganz kuriose Geschichte hier gerade Wo ist sie hin Fionts Tagebuch Es wird immer schlimmer mit ihm Das Flüstern der Nachtschreck Das Blut Ich weiß dass er etwas verbirgt Und die anderen in der Klitsche wissen es ebenso Ich habe gesehen wie sie ihn ansehen Wie sie mich ansehen Sie haben Angst vor ihm Und ich kann es ihnen nicht verdenken Ich habe es auch Ich habe J gedrückt Äh Fion Da Wir haben Fions Tagebuch In einem Freudenraum gefunden Anscheinend sorgt sie sich Dass jemand etwas zustößt Der ihr viel bedeutet Und sie fürchtet Dass es den Kunden In der Klitsche auffallen könnte Vielleicht finden wir dort Antworten Okay Doch wieder in die Klitsche Ja Großer Topf Das ist nur raus ja Weil Kong Wahrscheinlich dachte ich mir schon Wo führt das hin? Aufs Dach Warum aufs Dach? Das war die Klitsche hier ne? Das Ding hier Könnt man auch nirgends wo rein? Hier ist nichts Wobei? Ne das ist nur das Vordach Okay Hätte ja sein können Dass man so irgendwie Weiß wie ich mein Obwohl Warte mal Wo bin ich? Ich finde hier alles raus Freundchen Das nehmen wir mal mit Das nehmen wir mal mit Der Schlüssel des Gestaltenwandlers Hat hier reingepasst Aber Hä? Zahlreiche Tiefrote und bräunliche Spritzer Zieren dieses Stück Pergament Wer sich dem Tribunal des Mordgottes stellen Und den Tempel des Baal betreten will Muss die Ziele auf dieser Liste töten Und die Morde dem Kult der Absoluten anhängen Bring die Hand der Opfer als Beweise für ihren Tod mit Schreitet mit Im Blut Aspirant Herzogin Berlin Steelmane Taverne Elfensang Unterstadt Vater Lorgan Tempel der offenen Hand Riffington Getötet Schnibbels der nahe Zirkus Oh man Schnibbels ist tot Fuck Alexander Regenwald Büro in der Nähe des Kontors Unterstadt Getötet Hier sind noch ein paar Aufheben Ja Vier neue Einträge verfügbar Ja Schnibbels Wahrscheinlich ist tot Ne Finde Schnibbels den nahen Ein Teil von Schnibbels wurde Für ein grausiges Kunstwerk verwendet Wir sollten nach weiteren Körperteilen suchen Wir haben Schnibbels Rumpf gefunden Ach moin alter Das war sein Körper Ehhhhh Ehhhhh Ottos Unwiderstehlicher Tanz Blutbefekte Nachricht Zwei Hände Jetzt Zwei Hände Zwei Mehr sind nötig Nicht genug Muss mich mit Ruhm bedenken Um mit Blut bedeckt zu sein Mehr Nehmen wir auch mit Das Blut Versuchen den Ursprung des Bluts zu entdecken Den Körper hervorziehen Fion Ich hab Fion gefunden Ein blumenförmiger Schlüssel in dessen Blütenblätter eine 5 gekratzt wurde Was ist das? Es ist identisch zu dem Den Körper in den Tunneln Es ist identisch zu dem en Teil des Blut Bosheit Bosheit Krass alter Richtig was entdeckt gerade Finde ich grad richtig nice Ich bin da raus Ok Ich bin da raus Ok Ich bin da raus Hup- Mit An Ich bin Hot Die crackers Die 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 Okay. Golden Dune swept across the Kalim. You are the fruit of the forbidden palm. Soft on my skin. Sweet on my tongue. You are my sin. And salvation. Good morning, I am Mekko. Your parasite stirs. And you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's... What's wrong, Jara? What are you... Wait. I know you. It looks fun. Can I do it with you? With your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly... Silence. What's happening? I'll... I'll... Okay. Okay. You made a grave mistake. nach oben mit euch jetzt hoch ich brauche euch ich habe meine freunde dabei du lappen wir überhaupt dran ja die im karlach persönliche dominanz erst mal uns schädlich gemacht den zauber nicht mit mir aber ich bin jetzt eh wieder dran und jetzt bist du tot rubin ring so besoffen oder was los mit dir das ding hätte uns töten können und ihr siniert über seine schönheit verdammt ihr seid ja fast so verstörend wie der gedanken ständert ja jedenfalls bin ich froh dass ihr in sicherheit seid ich schiebe es doch auf drohen okay freunde wir müssen hier wie immer einen cut machen wir sind bei 47 minuten lasst ein bisschen liebe da däumchen hoch kommentieren abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten folge chaui beim 4 noch mal bis zum nächsten mal ARD Text im Auftrag von Mary Geise Bis zum nächsten Mal.